So, nicht wundern, seit der letzten Folge, wir haben uns nach Hause gekämpft, weil wir konnten euch nicht zumuten, nochmal eine komplette Folge lang, wie wir zurücklaufen. Deswegen haben wir das jetzt offline gemacht, also ohne Aufnahme, sind wir zurückgerannt. Und ja, der Plan für heute ist, neues Portal aufmachen, weil die letzten zwei Folgen einfach so langweilig waren. Wir sind eigentlich nur gelaufen. Das war langweilig, wir waren in der Wüste, im Wüstentempel, haben ein Dorf gefunden, was verreckt. Haben wir. So, und jetzt einfach, um euch ein bisschen mehr Action zu geben, gehen wir einfach ein neues Portal rein. Also, feier, mach auf, du hast so ein glückliches Händchen bei deinen Portalen immer. Oh nein, die Farbe gefällt mir schon nicht. Abyss, nein, nicht Abyss. Oh mein Gott. Geh du rein. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Warte, 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 warte. Wegpump, gleich erstmal einen Wegpump machen. Gute Idee. Ähm, Portal. Und die Farbe machen wir, rot. Bestätigen. Fertig. Zurück. Fertig. Oh mein Gott. Ähm. Ähm. Ja. Ähm. Ich trau mich nicht wirklich von der Plattform hier weg. Die Bäume haben Augen. Ja. Oho. Grüß dich. So. Abbau. Läu. Das so, Hanni. Sorry. Sollte ja mal verlangen, den abzubauen. Das ist Tentakel. Okay. Kann man denn vielleicht mit Spitzhacke besser abbauen? Das ist das Gleiche. Für was auch immer das hier ist, keine Ahnung. Einfach mal ein bisschen mitnehmen. Boah, da bist du ja ewig beschäftigt. Ja. Okay, hab ich ja schon. Mir ist ein Stein runtergefallen. Sind das überhaupt Steine? Nein, das ist Holz. Glaube ich. Ich hab keine Ahnung. Ah, und das ist ein Baum. Okay, das ist ein Baum. Guck mal, sollen wir nach da vorne gehen? Guck mal, weil da ist irgendwas ganz nach oben gewachsen. Ähm. Ich bin gerade so leicht überfordert einfach. Ja, nicht nur du. Ey, ich trau der Gegend hier nicht. Ey, ich trau der Gegend hier nicht. Ey, ich trau der überhaupt gar nicht. Ey, hier kommt jetzt schon wieder irgendwas. Und du greifst mich einfach an. Ich schwör's dir, ich bin wieder voll das Opfer. Irgendwas ist da links. Bewegt mich einfach. Au, au. Ich werd einfach wegbewegt. Was ist das? Mann. Verheftig. Aua, aua. Hm. Wo ist's? Boah, irgendwas schiebt mich hier weg. Mich auch. Hilfe. Was ist das denn? Warte mal, ich lass mich einfach mal mitziehen. Das ist der Turm. Ich hier? Ja, gib mir mal Deckung. Ich mach mal den Baum hier weg. Alter, da ist ein Monster. Ja, dann gib mir mal Deckung. Ja. So. Hab ihn. Der war in dem Baum drin. Ja. Also ich finde es schön, wenn sie so lange sie dich angreifen und mich in Ruhe lassen. Mann. Hier ist auf jeden Fall Holz. Hier ist ein Toxiblock. Ein Toxiblock. Wie kann man den abbauen? Toxie ist doch normalerweise giftig. So. Warum will ich was abbauen, was Toxik ist? Ähm, keine Ahnung. Aber kann man sich jetzt ja eigentlich bewegen, ohne dass man wieder weggezogen wird? Ja, jetzt kann ich mich bewegen. Hm. Ich sehe das richtig, dass du dich gerade nach oben baust. Ja. Ah, ah, aua, 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 aua. Was hast du schon gemacht? Nicht drauf treten, nicht drauf treten. Das ist der Toxiblock. Au. Nicht drauf treten. Ich versuch den mal abzubauen. Rauf treten, scheiße. Mann. Sieht ihr aber übelstellt. Ey, da ist irgendwas drunter. Echt? Ich will aber nicht runter springen. Ich will das lieber von außen abbauen. Ach, hier. Das ist ein Illusionsaltar. Hä? Hm, Altar bedeutet ja irgendwas für, ähm, was zu machen. Wunderbar. Ich sehe ich nicht so ganz drauf tun. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich hoffe mal nicht, dass du mir jetzt die Blöcke unter den Füßen wegbaust. Weil ich will nämlich da gerne noch ein bisschen höher. Noch so ein Toxiblock. Äh, da sind ja lauter so Toxilogische Blöcke. Danke, Feuer. Ich konnte gerade nicht abbauen. Freut mich nur durchschauschen. Helfen. Helfen. Da sind ja lauter so Blöcke. Na, ich mach mal hier ein bisschen breiter. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich gehe nochmal runter. Kann man den toxischen Block da vielleicht reinlegen in den Altar? Denkt man vielleicht so ein Banner oder so. Illusionsaltar. Kann man den abbauen? Ja, wir brauchen irgendwas, was Illusion heißt. Und es gibt auch diese Banner. Vielleicht sind das ja die. Aber auch nur vielleicht. Du hast dich jetzt nicht wirklich direkt nach oben ge... Dein Ernst. Du egoistisches Mistkrötenviech. Was denn? Ich helfe dir jedenfalls den Weg frei zu machen. Bin ja mal gespannt, ob ich jetzt Schaden kriege. Von dem Ding. Shadow Wood. Okay, den kann man nicht craften. Aber... Niederabbau. So, warte. Jetzt gehen wir mal nach oben. Ich hoffe, ich kriege keinen Schaden. Und? Kriegst du Schaden? Ne. Noch nicht. Ich hoffe, wir bauen uns einfach mal nach oben. Voll langweilig, eigentlich. Naja, aber es kommt drauf an, was da oben dann kommt, weißt du? Ja, das ist das ja. Aber wahrscheinlich fallen wir dann da runter und sind tot. Ich hoffe nicht. Ja, ich hoff's auch nicht. Jeder voll gespannt so. Was findest du dich da oben? Fallen sie runter. Oder fallen sie nicht runter. Pass auf, jetzt kommt da plötzlich die Anziehungskraft wieder und wir beide uns beide hauen's da runter. Boah, wär das mies, wär das mies. Boah, ich komm hier nicht wirklich schnell voran. Alles gut, ich komm eigentlich ganz gut voran. Ja, das ist schön für dich, du hast auch schon einen mega Vorsprung vor mir. Die sind so hoch, äh, wir runterfallen sind defensiv tot. Dann musst du halt Water-LMG machen. Ja, ich hab dreckig extra schon Wasser. Siehst, dann hast du mehr wie ich. Ich hab ja auch mein Rucksack dabei. Also. Water. Und? Ja, wer? Dein Water-Rucksack. Mit viel Water und wenig Sack. Rucksack. Auf jeden Fall gleich oben. Ja, das ist schön für dich, mir geht gleich das Holz aus. Ich muss gleich das, 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 das Shadow-Wood hier verkraften. Ich wollte das eigentlich aufheben und mitnehmen. Damit ich eventuell da ein Häuschen draus bauen kann. So, ne? Cool aus. Was befindet sich da, dreckst du hoch, ey? Weh, da ist auch nix, ey. Es wäre so jetzt episch, wenn da einfach mal so gar nix ist und wir bauen uns einfach mal so instant einfach so blöd einfach nach oben. Also Fakt ist, ich muss den gleichen Weg wieder runter, ich muss, ich muss das ganze Holz mitnehmen. Ich kann hier keine Kacke hinbauen. Ich bin auf jeden Fall oben, aber ich kann keine Lichter machen. Ja, weil das Blätter sind. Du musst auf die Blätter einen Block stellen und dann kannst du Fakke hinbauen. Feuer, vorsichtig, ich bin unter deinen Füßen. Oh, 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 der ist wirklich stark. Er hat gut, weit runter gefallen, wäre es eh nicht. So, ich bin da oben. So, hier ist einfach mal gar nix. So. Ist ja hier so eine Mega-Pflanze. Einfach nur einen Riesenbaum. Oh, warte mal, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Warte. Wie ging das nochmal? Ne. ich hab ne idee warte ich will mal gucken ob das funktioniert schere das ist einfach nur ein baum großer großer baum ja auch irgendwas interesses Was? Ähm, wo bin ich denn jetzt hochgekommen? Nehmen der Fackel. Jetzt wär ich grad bei dir... Oh, Haar. Ich hoffe, meine Axt macht noch so lange mit, bis ich unten bin. Sonst mach ich einfach was, ey. Ich würd ja brüllen, wenn das Wasser hier drin verdampfen würde. Aber das wär nicht so gut. Ich hör jetzt auf einmal wieder so creepy Geräusche und dann sind... What the fuck? Bei mir ist was direkt. Ja, bei mir dauert das noch ein bisschen, bis ich unten bin. Da kommt schon wieder was auf dich zu. Ah! Ah, Hilfe! Oh, feier das in einen Haufen Viecher! Ah, creepy Geräusche! Jemals, Hilfe! Hauptsache, ich bin der erst noch keine Musikerfein. Lalalalala... Wow, 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 wow! Ich schwirr mir viel weg! Die Anziehungskraft wirkt hier wieder, gell? Ja... Warte, ihr wagt's. Warte mal, ich muss erstmal was essen. Ich hab nur noch vier... Auf vier Herzen... Und dann pack ich das erstmal alles in meinen Rucksack rein. Ah, gute Idee. Abyss Scams hab ich, okay. Okay. Okay, dann lass mich raus, wenn du nur noch so wenig Herzen hast. Wo sind die? Ne, ne, ich bin jetzt gleich voll. Noch zwei Herzen. Boah, ich hasse es! Diese Geräusche! Alter, schweil! Boah, ich seh nichts mehr. Es ist plötzlich alles zu dunkel geworden. Feier, du machst mir nicht grad leicht, wenn du durch mich durchläufst. Hinter dir! Ah! Oh, Alter, nein! Nein! Zu viele! Zu viele! Ich komm hier nicht weg! Ach, ich hab's. Ich hab's alle. Oh nein, was ist das für ein großes Ding? Ich weiß es nicht, es zieht auf jeden Fall einen Haufen Herzen ab. Ich bin gleich tot. Was? Ich versuch mit meiner Waffe drauf zu schießen. Oh, Feier, ich muss mich erst mal regenerieren. Der ist dauernd. Oh, irgendwas, irgendwas. Der hat so eine Art Witter-Effekt auf mich gelegt. Ah, ich bin auch gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Dann komm hier wieder rein, dann komm hier wieder rein. Ja, geht ja nicht schlecht. Ich werd hier angezogen. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Oh, das sind viel zu viele. Versuch's zu dir zu kommen, ich seh nichts mehr. Ich seh dich nicht. Ich bin da. Ich bin, bin, bin das Loch reingekriegt. Gekriegt. Hallige Scheiße. Ich hab mich vor allem gezogen. Ich kann den da nicht mehr weg. Ich wollte nur die Dinger alle aufsammeln. Sag ich nochmal, ob sowas riesengroß ist. Ich hab mich erst erstmal hier am Baum versteckt. Alter Schwede. Oha. Alter Schwede. Ey, was ist das für ein Hüpfding? Ja, da soll man herkommen. Bist du. Also das Hüpfding ist platt. Also das Hüpfding ist platt. Bist du. насколько sie es��를 legitimiert. Auch die Dinger. Oha, Dumm. Er fühlt sich vor allem an um ein 아무�em fertig. aber es ist noch keiner gestorben da unten sieht ein auge aus es dauert aber auch so ewig zum abbauen und immer schöne gegenden im auge behalten feiern auf keine überraschungen einlassen wenn man ein bisschen tiefer angehen was er guck mal auf die uhrzeit das sind jetzt dann gleich bei 20 minuten wieder das meint schon warum ich jetzt richtung portal wieder gehen aber ich krieg einfach von der ferne einfach schaden da bist du mann 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 ich überleg mal hier wird es noch so tiere geben die die portale ausschießen nein ich werde schon angezogen nein ich wollte im portal rein verdammt feier ich komm hier nicht weg wenn ich springen werde ich weg gezogen ach daunt irgendwas ist hier noch ich kann ich komm hier nicht weg irgendwas zieht mich hier an verdammt hier da sind noch mehr monster hier sind sie und er zieht mir gut schaden ab ich muss mich gerade hier unter dem baum hinter dem baum verstecken ich bin fast dort da sind wir hier komm komm alter ich werde von irgendwas angegriffen ja da vorne wieder da schießt was auf mich schießt zurück er bin gleich er bin gleich er ist daunt warte ja ich versuche gerade mal über die rückseite hier hoch zu kommen also also ich bin auf jeden fall down eine schöne feile ich bin oben ich bin oben jetzt ich bin im portal aber ich denke mal hier wir haben so ein illusierbarer vielleicht kriegen wir damit dann so ein portal auf auch jetzt in so andere dinge bei es gibt ja diese ghostliebs soll beim energy bin keine ahnung vielleicht damit oder so oder muss man irgendwas bestimmtes machen ich kann es dir leider nicht sagen ich weiß nur dass ich hier froh bin daheim zu sein jeden wir haben jetzt zwölf von den abyssal games abyssal gems oder wie auch immer man uns ausspricht so das holz zum holz das holz ich habe zwei toxic blöcke dabei ja vier ok wir machen das so wie nach wie vor also feuer auf viel spaß mit deinem inventar da ich davon keine ahnung habe da wird ja noch es regnet es? ja es regnet es regnet es regnet ok sun goes down da tun weil das weiß ich jetzt nicht wo ich reinpacken soll deine kakteen sind nachgewachsen also so ziemlich ja habe ich schon gesehen da war noch mal komische dinge kann man ja da rein also ich hoffe leute es hat euch gefallen dass wir hier in dem neto war also in dem neto sag ich einfach mal jetzt in dem portal mein fuß ist eingeschlafen die folge war so aufregend dass mein fuß eingeschlafen ist ich hoffe es hat euch gefallen und schreibt doch mal in die kommentare wollt ihr noch mehr portale sehen oder sollen wir endlich mal anfangen hier Häuser zu bauen einfach mal unten reinschreiben was ihr gerne hättet und vor allem ganz wichtig wie es mit dem teleportieren ausschaut ob wir das machen sollen oder ob das eher langweilig ist und euch die ganzen laufstrecken einfach mal so geben wollt ich denke mal beim fire gilt das gleiche was ich gerade gesagt habe einfach mal oh guck mal wir haben besucher hallo du kleiner spanner du glascheibe auf jeden fall in diesem sinne würde ich sagen beende ich dir die folge schaut beim nächsten mal wieder rein wenn es heißt mod attack und wir werden jetzt die kommentare auswerten und dann schauen wir mal was wir dann beim nächsten mal machen in diesem sinne verabschiede ich mich und feier auch haut rein bleibt dran und schaltet beim nächsten mal wieder rein und tschüss tschüss